Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 3. Juni 2013. Mein Name ist Norbert Giesow und heute beginnen wir wieder mit den Tageshoroskopen für Montag und dann die ganze Woche. Ja, was hat sich seit dem Wochenende getan? Dann, der vielleicht wichtigste Aspekt ist, dass jetzt auch die Venus heute Morgen in den Krebs gewechselt hat. Vom Zwilling in den Krebs. Venus, Planet der Liebe und der Beziehung, gesellt sich damit zu Merkur, dem Planeten fürs Denken und die Kommunikation, im Krebs. Das heißt, die persönliche Energie wird jetzt krebsiger, wird jetzt gefühlsmäßiger, emotionaler, romantischer. Venus im Krebs ist eine sehr romantische, emotionale Stellung, die sich nicht vergleichen lässt mit dem Planeten im Zwilling, wo es um Austausch ging, um in Anführungszeichen objektive Wahrheit. Venus im Krebs ist dort subjektiv. Sie möchte ihr Heim, ihr Zuhause. Also, die ihr vertrauten, lieben Menschen um sich herum haben, das wird sich in den nächsten Tagen noch deutlicher manifestieren. Das heißt, alles, was mit Liebe und Beziehung zu tun hat, geht jetzt viel stärker übers Gefühl. Und damit haben wir das, was wir eigentlich in den letzten Monaten schon haben, jetzt auch wieder, dass die Energien sehr unterschiedlich sind. Wir haben jetzt mit Mars, Sonne und Jupiter drei wichtige Planeten im Zwilling und mit Merkur und Venus zwei im Krebs. Benachbarte Zeichen im Tierkreis sind immer sehr unterschiedlich, sodass einerseits diese sehr aufregende, unternehmungsfreudige, quirlige Energie des Zwillings da ist. Auf der anderen Seite aber auch immer mehr eine, mehr nach innen gehende, introvertierte, gefühlsmäßige Energie des Krebs. Das kann uns manchmal durcheinander bringen, weil diese beiden Energien gleichermaßen vorhanden sind. Was sagt der Mond dazu als Tagesanzeiger der Energien? Der Mond ist hier mittig im Widder, hat gerade das Quadrat zum Pluto und die Konjunktion mit dem Uranus hinter sich, hat also am frühen Morgen das Pluto-Uranus-Quadrat aktiviert, löst sich jetzt davon. Mond im Widder, ein Feuerzeichen, bringt eine gewisse Aufbruchsenergie mit sich. Wir wollen gern was tun, wir wollen uns durchsetzen, wir wollen aktiv sein. Das beißt sich so in gewisser Weise ein bisschen mit den Krebsenergien. Das heißt, wir müssen sozusagen auch auf unsere langsameren Gefühle Rücksicht nehmen. Trotzdem heute ein guter Tag, Dinge in Gang zu bringen, auf den Weg zu bringen. Zum Morgen dann, morgen am Mittwoch, ähm, morgen Dienstag, Entschuldigung, am Nachmittag, kurz vor 18 Uhr, wechselt dann der Mond vom Widder in den Stier. Morgen Abend wird es ruhiger, sinnlicher und gesetzter. Morgen allerdings auch perfekt das Quadrat der Sonne zum Chiron. Das heißt, wir könnten sehr in dieser Zeit, in diesen Tagen, heute Morgen vor allem darauf achten, wo wir verletzt werden. Ob Begegnungen mit Menschen, bestimmte Aktivitäten, uns unsere Verletzungen und inneren Wunden bewusst machen. Aber auch, ob wir aktiv, vielleicht manchmal ohne das bewusst zu wollen, auch andere Menschen verletzen. Vielleicht sollten wir jetzt besonders behutsam und achtsam mit unserer stärksten Waffe, unserer Sprache umgehen. Ich wünsche uns allen einen wunderbaren Montag. Zumindest hier in Kiel, in Norddeutschland, ist blauer Himmel und die Sonne scheint. Damit heben wir uns ja vom Rest Deutschlands etwas ab. Ich wünsche aber allen, egal aus welchen Ländern, sie mir zuhören, einen schönen Tag. Und wir sehen und hören uns dann gerne morgen früh wieder. Bis dahin und tschüss.